Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr einen Ton auf einem gesuchten Gerät von Apple abspielen lassen könnt. Dazu gehen wir einmal in den Browser und rufen hier die Seite icloud.com slash beziehungsweise Schrägstrich find auf. Das ging glaube ich ein bisschen schnell. Hier nochmal. Wenn wir das gemacht haben, können wir uns hier auch schon einloggen mit der E-Mail-Adresse, die auf dem gesuchten Gerät hinterlegt ist, beziehungsweise mit der ihr euch bei dem gesuchten Gerät angemeldet habt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euer Gerät sehen. Bringt euch bloß nicht so viel, wenn es zu Hause irgendwo verloren gegangen ist. Also klickt ihr einmal auf das Gerät drauf und könnt dann hier einen Ton wiedergeben. Das ist jetzt genau dieses Gerät, aber wenn ihr halt noch andere habt, die dort hinterlegt sind, könnt ihr das jeweils bei dem Gerät dann genauso machen. Ich hoffe, dieses kurze Video zum Abspielen eines Tons auf eurem gesuchten Apple-Gerät hat euch gefallen und geholfen. Dann verlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.